Rom, der Petersdom, die größte Kirche der Welt, das Zentrum der Weltkirche für eine Milliarde Katholiken. Doch wohin fährt das Kirchenschiff? Wie geht es weiter mit Gott, der Welt und der Kirche? Fragen, auf die viele Gläubige sich Antworten aus dem Vatikan erhoffen. Josef Kardinal Ratzinger, Präfekt der römischen Glaubenskongregation. Der Hüter des Glaubens ist ein Mann, der immer wieder durch offene und unbequeme Meinungen über Glauben und Leben Aufsehen erregt. August Ewerding, Theatermann und Staatsintendant in Bayern. Der Künstler Ewerding ist bekennender Katholik und stellt dem Kardinal die Fragen, die engagierte Christen bewegen. Gott, Herr Ewerding, freut mich Sie zu sehen. Ich freue mich auch, bin geehrt. Eminenz, wir wurden eingeladen zu einer Sendung Begegnung in Rom. Eine Begegnung in Rom ist natürlich für Sie eine Begegnung im Vatikan. Ist der Vatikan noch das Zentrum der Welt? So würde ich es nicht ausdrücken, aber er ist immer noch ein bedeutender geistiger Mittelpunkt, an dem sich Menschen von überall her treffen, ein Ort der Menschen zueinander führt. Und er ist für die Kardinäle kein Gefängnis? Überhaupt nicht, denn die Kardinäle fliegen quer über die Welt. In jedem Flugzeug können Sie einen antreffen. Und wenn unsere Sendung hieße Begegnung in München, wo würden wir uns denn da treffen? Ich denke, im Prinzregententheater. Dankeschön. Nein, ich würde mit Ihnen auf die Ratzinger Höhen fahren am Chiemsee. Das wäre gut, weil ich leider noch nie dort war. Aber unser Gespräch wird in diesem wunderbaren päpstlichen Bibliotheksräumen stattfinden, wo wir jetzt hingehen. Das tun wir ja. Es ist erstaunlich. Gerade habe ich gelernt, dass über 100 Maler in nur 50 Wochen diese Bibliothek ausgemalt haben. Eine große Zeit der Kunst damals. Und hier, Sie wissen das alles, aber dass die ganzen Konzilien der Kirchengeschichte hier abgebildet worden sind. Eben habe ich gesehen, bei einem ging es sogar so dramatisch zu, einer hat seine Mietreichen geworfen. Ja, ja, das kam vor. Ich weiß nicht, was hier dargestellt ist, aber es gab dramatische Konzilien. Eminenz, darf ich fragen, das letzte Konzil, war das ein Sprung nach vorne oder ist da was stehen geblieben? Ich würde sagen, die Geschichte springt nicht. Sie geht normalerweise manchmal schneller, manchmal langsamer voran. Und manches muss sie bewahren, manches abstoßen. Insofern ist das Konzil gemischt aus allem, würde ich sagen. Es hat große Impulse gegeben, andere Dinge, die nicht richtig aufgenommen und verstanden worden sind. Und der Prozess der Anreignung ist auch immer noch im Gang. Man kann auch gar nicht abschließend sagen, welche Kraft es für die Geschichte dann wirklich entwickelt. Einige Kritiker sagen, der Heilige Vater wurde hinter das Konzil zurück. Stimmt das? Nein, auf gar keinen Fall. Er ist ein Mensch, der vom Konzil zutiefst erfüllt ist. Für ihn war, nach seinem Studium, allem, was er erlebt hatte, das Konzil eigentlich der große Augenblick, wo er Weltkirche gelernt hat, wo er vor allen Dingen seine eigentliche Philosophie erst vollends entdeckt hat, sodass er vor allen Dingen von zwei Texten ganz erfüllt ist, von dem über Kirche in der Welt von heute, die seinen eigenen Studien über den Menschen entgegenkamen und das Ökumenische hat ihn zutiefst bewegt. Aber im Endeffekt nach dem Konzil gab es doch so etwas wie eine Kulturrevolution, nicht wie die chinesische, aber etwas, was die Liturgie angeht. Da waren doch eigentlich Dinge im Gange, die mir nicht so gefallen haben. Ja, das kann man schon sagen. Es fiel natürlich zusammen mit diesem Generationenumbruch der 68er Jahre und die Kirche lebt ja nicht auf einem anderen Planeten, sie besteht aus den gleichen Menschen, wie die die Gesellschaft auch ausmachen. Und so sind natürlich beide Dinge irgendwie ineinander gegangen. Es war nicht schwer, sozusagen ein Missverständnis der Liturgie-Konstitution zu entwickeln, als ob nun alles anders werden müsste, als ob sozusagen die große Kultur, die darin lebt, nur noch eine Last sei, von der man sich befreien muss. Insofern hat die Kulturrevolution natürlich auch mitten in der liturgischen Entwicklung zugeschlagen, als eine Form eines Missverständnisses dessen, was Erneuerung sein sollte. Ja, aber Liturgie wurde oft dargestellt als Theater und zwar despektierlich wurde es gesagt. Für mich war das natürlich, Theater ist das Schönste, was es gibt. Es ist nicht Theater. Aber dann, dass der Priester so als Showmaster auftrat, verzeihen Sie bitte diesen Ausdruck, und dass aus dem sinnerfüllten liturgischen Geschehen plötzlich nur ein sinnliches Geschehen wurde, das hat mich doch gestört. Ja, und stört auch mich, denn der Priester ist eben kein Showmaster, die gibt es andere, besser Ausgebildete und in Materien, wo es auch dazu passt, während er in der Liturgie als Person zurücktreten sollte und ja den anderen darstellt und vertritt, auf den allein es ankommt, nämlich Christus. Und ich glaube, das ist auch die große Gefahr in der neuen Klerikalisierung, wenn alles am Priester liegt oder am Liturgiekreis, der das vorbereitet, und wir nicht einfach in ein großes Geschehen hineintreten, das weit über uns hinausreicht, uns vorausgeht und uns wohin führt, wo wir selber gar nicht reichen. Ja, und Weihrauch weg, aber so Tanz um den Altar herum, ich weiß nicht genau. Ja. Es sollte ja nur die Gläubigen näher bringen an das Geschehen, aber hat es sie näher gebracht? Ich glaube nicht, man hat nämlich eben zu sehr nur noch an Versammlung, nicht mehr an Sammlung gedacht, und näher kommt man sich eigentlich nur, wenn man gesammelt ist, weil man dann in die Mitte geht, in der man sich berührt und sich aufeinandertrifft. Wenn die äußeren Elemente so sehr überwiegen, das Mitmachen, jeder muss etwas tun, jeder muss eine Rolle haben, dann gerade bleibt man im Äußeren stecken und dieses innere Zueinanderkommen, das durch die Bewegung des gemeinsamen Glaubens stattfindet, das fällt dann eigentlich aus. Wenn jetzt gerade in diesen Tagen werden Sie immer wieder gefragt, und zwar immer dieselben sehr bedringlichen Fragen gefragt, Sie wissen Zölibat und Frauenordination und Abtreibung und Verhütung, das will ich heute nicht fragen, denn Sie haben das sehr präzise in Ihrem letzten Buch, Salz der Erde, wie ich glaube, beantwortet. Und man sollte es auch nicht immer wieder breittreten, einmal versuchen, die größeren Zusammenhänge zu erkennen, um die es geht. Ja. Hat Sie es nicht stutzig gemacht, dass dieses Buch selbst im Spiegel eine so gute Kritik gekriegt hat? Das hat mich wirklich sehr gewundert. Aber es ist doch eigentlich ein sehr positives Zeichen, dass es auch Objektivität gibt und dass es die Möglichkeit des Zuhörens gibt, wo man sie gar nicht vermuten würde. Ich denke, dass es sehr wichtig war, dass das Buch nicht einfach an mir geschrieben worden ist, sondern dass es im Wort entstanden ist und im Gespräch entstanden ist. Mich hat besonders gefreut, das werden Sie verstehen, dass dieses Buch ein Dialogbuch ist. Denn Dialog, das ist meine Welt. Ich muss mit Sängern, mit Schauspielern sprechen, mit Autoren sprechen. Sicher nicht immer ganz leichte Dialoge. Nicht leicht, aber Sie sind auch immer im Dialog. Sind Sie noch im Dialog mit der Welt oder sind Sie nur im Dialog mit Bischöfen und Päpsten und Gott? Das ist natürlich schwer zu entscheiden. Aber da würde ich auch wieder sagen, die Bischöfe lieben was vielleicht manchmal etwas zu sehr im Abstand von der Welt. Aber im großen Ganzen sind auch Bischöfe ein Stück Welt. Wir reden in der Tat überwiegend mit Bischöfen, mit Menschen der Kirche, aber doch auch mit anderen, weil ja sagen wir gerade heute, wo die großen Probleme mit der politischen Ethik da sind, der medizinischen Ethik, der Sozialethik, Menschen aus diesen Bereichen zu uns kommen und das Gespräch wünschen sogar weit über die Möglichkeiten hinaus, die ich habe. So dass man, glaube ich, nicht sagen kann, dass wir sozusagen in einem klerikalen Kerker uns bewegen und selber bespiegeln, sondern die Realität von heute ist so stark, dass sie einen schon anrührt und dass man mit ihr konfrontiert wird. Ich merke bei mir, ich muss meine Studenten, die ja so überflutet werden von Bildern und von Worten, ich muss sie eigentlich erst dialogfähig machen. Viele können gar nicht mehr sprechen und sich ausdrücken. Ja, das ist, denke ich, ein Problem unserer Fernsehwelt. Wir sind zwar jetzt auch fürs Fernsehen da, aber man sieht und hat kein wirkliches Gegenüber mehr, nicht wahr? Während, wenn das nicht da ist, muss man eben schauen, wie man zueinander redet. Insofern kann andererseits das Fernsehen aber auch ein Zwang dazu werden, dass man zuhört und dass man dann wieder redefähig wird. Aber ich glaube schon, es ist eine Generation, die das wirkliche Sprechen miteinander wieder neu erlernen muss. Fühlen Sie sich eigentlich noch verstanden, wenn Sie schreiben und reden? Hört man Sie? Verstellt man Sie? Ja, das kommt darauf an. Es gibt natürlich eigentlich theologische Bücher, die vielleicht etwas weit weg sind von dem Denken der Sprache der Menschen. Aber dieses Buch mit Seewald hat doch gezeigt, dass dann, wenn eben der Zwang des Dialogs da ist, dass man, dass ich doch, Gottlob, heraustreten kann aus dem Elfenbein in den Turm der Fachlichkeit und dass die Fragen, die zu bereden waren, doch die Menschen von heute berühren, denn die Frage, wie lebe ich recht, wie lebe ich falsch und so, sind ja Fragen, die jeden Menschen immer angehen. Und hier kommen wir an einer Vitrine vorbei, da sind die Komedien von Terence, sind dort kommentiert und geschrieben. Das ist schon ein altes römisches Theater. Warum ist Kirche und Kunst, warum ist da solche Sprachhemmung, warum ist fast eine Sprachlosigkeit da? Sind wir so furchtbar anders? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich würde etwas unterscheiden. Zum einen denke ich, es gibt nach wie vor einen guten Dialog. Ich habe ein Buch zu Hause, Münchner Kunstszene 1955 bis 82. Etwa ein Drittel der Dinge sind in kirchlichem Auftrag entstanden, weil die Kirche einfach Kunst braucht. Die Liturgie kommt gar nicht aus ohne Kunst. Man muss singen, man braucht Bilder. Das Zweite Konzil von Nicer hat das entschieden. Der Kirchenbau selbst muss irgendwie mehr sein als ein purer Zweckbau. Insofern gibt es das. Auf der anderen Seite ist es richtig, dass mit der Säkularisierung der Gesellschaft nach der Aufklärung, Gesellschaft und Kirche sich auseinanderentwickelt haben, die Kirche ins Ghetto der historistischen Kunst gegangen ist und aus dem jetzt wieder herauszukommen versuchen. Wenn ich hier in Sistina schaue, da hat Michelangelo gemalt, Perugini, da hat alle die zeitgültigen Maler gemalt. Und heute sind die nur so bei Amnesty Nation oder sowas. Es ist keine Begegnung mehr. Ja, es ist dieses Auseinanderdriften von Gesellschaft und Glaube, das sich seit der Aufklärung immer verstärkt hat. Andererseits denke ich, die Kunst braucht große Objekte, wenn sie nicht mehr vom Göttlichen handelt, dann verliert sie doch irgendwie ihre oberste Dimension. Und umgekehrt, die Kirche braucht Menschen, die kühn sind, die das Gewohnte durchbrechen und nicht bloß historistisch neugotig machen. Obwohl es da auch gute Sachen gab. Insofern würden wir uns immer wieder zueinander raufen müssen. Was war denn Ihr erstes Kunsterlebnis? Ich würde sagen, ich habe die Liturgie selbst als Kunst empfunden. Und dann war natürlich für mich das erste große Kunsterlebnis 1941 die Salzburger Festspiele. Sehr beachten Sie, aber Sie haben auch im Marionettentheater gespielt auf einem Dachboden, habe ich gelesen. Richtig, also in Tittmoning, wie wir noch ganz kleine Buben waren, hatte ein Freund von unserem Marionettentheater. Und dieser Dachboden war für mich voller Geheimnisse und war natürlich ein ganz besonders herrliches und inspirierendes Erlebnis, das ich nie vergesse. Kardinal Meister hat einmal gesagt, Sie wären der Mozart der Theologie. Das ist zu höflich. Aber Sie haben zu Mozart eine besondere Beziehung. Welche? Ich liebe ihn einfach sehr und ich würde sagen, es ist eine Liebe, die jede große Liebe kein eigentliches Warum hat, die man nicht rational begründen muss, sondern ich spüre dann einfach die Größe des Schönen der Wirklichkeit selbst. Es ist nichts Künstliches, nichts Anbiederisches drinnen. Es ist einfach schön, wie die Schöpfung schön ist, würde ich sagen. Und es ist nicht nur schöne Musik, es ist auch psychologisch begründete Musik, es erfasst den ganzen Menschen nicht. Es war ein Mensch, der gelitten hat, der nicht irgendwie ein abgesondertes Dasein in den künstlerischen Elysium geführt hat, sondern gelitten hat bis zum letzten Tag und die Kraft und das Erfahren, das Erleiten des Lebens ist eben da. Und was sensationell ist in der Zauberwürde, er schreibt ja, Mann und Frau, Frau und Mann reichen an die Gottheit ran. Das traut sich heute schon keiner zu sagen, was Sie damals gesagt haben. Ja, ja, aber da war wirklich in dieser an sich ganz einfachen Poesie, die trotzdem Goethe begeistert hat, waren einige ganz große Intuitionen drin. Und jetzt sollen wir unser Gespräch fortsetzen im Lesesaal. Ich war da eben, da lesen die, studieren die, da gibt es auch Laptops, alles moderne Zeug wird dort gearbeitet. Das gibt es auch im Vatikanischen Museum. Und es gibt herrliche Dinge dort. Ich habe ein Botticelli-Original gesehen, Lutherbrief habe ich gesehen und auch einen Petrusbrief, den kann der aber nicht selbst geschrieben haben. Nein, ein Autograf gibt es nicht, aber es ist der älteste Papyrus, der also, ich glaube, ins zweite Jahrhundert geht. Und insofern ist hier große Geschichte gegenwärtig, die aber für uns nie bloß Vergangenheit ist. Das ist auch in unserem eher bescheideneren Archiv der Glaubenskongregation so, das ist ein Archiv von 450 Jahren etwa, dass wir viel Vergangenheit haben, aber dass es ständig auch Gegenwart ist, weil wir in der Kontinuität einer Geschichte leben, die weitergeht und die doch kontinuierlich bleibt. Andiam. Andiamo. Andiamo. Eminenz, gestatten Sie eine Frage. Wovor haben Sie Angst? Angst vielleicht vorm Zahnarzt oder auch vor anderen medizinischen Behandlungen. Sonst eher Sorge, dass es mir nicht gelingt, etwas richtig auszudrücken, etwas richtig zu verstehen, dass ein Gespräch schief geht, das in einer wichtigen Sache zu führen ist. Und dann natürlich denke ich auch an das letzte Gericht. Ich habe Angst vor dem gerechten Gott. Ich hoffe auf den lieben Gott. Ja, ich hoffe, das ist ja einer derselbe, aber trotzdem denke ich, es ist schon gut, wenn man auch immer den gerechten Gott im Blick hat und weiß, dass man nicht einfach wurschteln darf. Im Credo hieß es doch früher abgestiegen zur Hölle, dann hieß es zur Unterwelt oder zu den Toten. Wissen Sie, was mich interessiert? Den Dialog, den Christus geführt hat, hat der nach Karfreitag runter in die Hölle fuhr. Was der da mit den Verdammten oder den Wartenden, was für einen Dialog? Haben die ihn ausgeschimpft oder hat er den Hoffnung auf Erlösung gemacht? Was war das für ein Dialog? Wir wissen es natürlich nicht, aber immerhin der erste Petrusbrief gibt uns einen Anhaltspunkt, nämlich dass er ihnen das Evangelium verkündet, hier wird da gesagt. Das heißt, er kommt und sagt, es ist ein Lichtblick. Insofern ist das Herunterkommen, jedenfalls natürlich für die, die endgültig sich ihm verweigern, wie ein Blitzstrahl. Aber für die, von denen Petrus spricht, ist es der Augenblick, das Gefängnis geht auf. Und so haben es dann auch viele Väter verstanden, es gibt eine sehr schöne Homilie von Epiphanius aus dem 4. Jahrhundert, dass er kommt und sagt, ich sperre auf, ich habe die Macht über den Tod, ihr könnt heraus, nicht wahr? Das ist eigentlich nach der alten Überlieferung der eigentliche Inhalt dessen, was er sagt und tut. Und er nimmt Adam und Eva nach den Bildern und zieht sie heraus und das heißt die Menschheit. Also ist die Übersetzung, es geht ab zur Hölle, doch falsch. Und wenn man in der Hölle ist, da ist man doch ausgeschlossen vom Heil. Nun, das Wort Hölle ist eben ein vielfältiges Wort gewesen früher, das einfach die toten Welt im Ganzen mit all den Wartenden ausdrückte. Also nicht eigentlich die Vollverdammten, sondern alle, die die warten und im Ungewissen stehen und die einen brauchen, der die Kraft hat, der sie heraufzieht. Also das Theaterstück möchte ich immer noch geschrieben sehen, was den Dialog zwischen diesen Wartenden oder verdammten Mitkrieg ist. Vielleicht schreiben Sie es uns, das wäre wirklich immer ein echtes, großes Drama. Das wäre ein Drama. Denn auf den Bühnen fehlt jetzt eigentlich diese Dreistöckigkeit, die sie früher so spannend macht. Die Himmel, Hölle und Erde gehörten dazu, so ist es ja bei Faust noch. Und dann ist die Welt erst groß und interessant. Und die Menschen, die meisten meiner Zuhörer, die wollen nicht mehr Stücke aus der Hölle. Die meinen, auf der Erde oder im Himmel wäre schön, Hölle ist ihnen zu nahe. Und sie meinen auch, Hölle wäre gar nicht so dramatisch. Und das heißt auch, aus der Tiefe her schreie ich zu dir. Ist ja nicht schön in der Hölle, nicht? Nein, lustig ist es nicht. Aber eben, es gab Stockwerke, oder gibt es ja auch noch, aus denen man herausgeholt werden kann. Und irgendwie, ich meine, hat der Asartre nicht so ganz Unrecht. Die Menschen sind im Stand, sich die Erde selbst zur Hölle zu machen. Dann rufen sie auch aus der Hölle herauf. Und wollen es zwar nicht zugeben, aber es ist so. Und ich glaube, das ist heute doch in vielen Situationen der Fall. Sowohl in der reichen Welt, wie in der Welt der Bedrückten. Wenn wir jetzt also eben an all die Situationen des Bürgerkriegs, der Selbstzerfleischung der Menschen denken, wie viele Menschen rufen sozusagen aus der Hölle zu Gott herauf. Aber wissen, in diese Hölle reicht er herunter, weil wir herauf wollen. Es gibt so viele Bösewichter und so viele Gute auf der Welt. Bei mir im Theater ist es so, es ist so viel leichter, die Bösewichter zu spielen. Warum ist das so viel leichter, als einen Heiligen zu spielen? Ist der langweilig? Wir stellen uns langweilig vor, weil wir das Gefühl haben, der ist dann ganz ausgeglichen, der ärgert sich nicht mehr und der schreibt niemanden mehr an, macht nichts mehr verkehrt. Und das kommt uns natürlich langweilig vor. Ich glaube in der Tat, dass es für uns leichter ist, sozusagen den Bösewicht oder einfach den ringenden, unfertigen Menschen darzustellen, den der angelangt ist, der gehört irgendwie nicht mehr zu unserer eigenen Erfahrungswelt. Und insofern haben wir davon keine Anschauung und können ihn auch nicht richtig darstellen. Wir können ihn sozusagen auf den Stufen des Weges darstellen, aber dann das andere ahnen wir nur noch. Und heilig gehen ist schwer, nicht? Dramatisch gehen ist leicht. Heilig gehen und hymnisch gehen auch. Ja, das sind nur Dinge, die wir von ferner Ahnen in der Liturgie irgendwie darstellen, aber die das Drama unseres realen Lebens schon überschreiten. Herr Kardinal, Sie wurden einmal gefragt, wie viele Wege gibt es zu Gott? Und Ihre, mich völlig überraschende Antwort war, so viele, wie es Menschen gibt. Ich habe diese Antwort nicht erwartet, denn ich hätte gedacht, Sie hätten geantwortet, der Weg geht immer doch nur noch über die Kirche. Ja, aber Gott hat eben Fantasie und er hat nach unserem Glauben jeden einzelnen Menschen geschaffen, also mit jedem Menschen etwas Spezifisches vor und für jeden seinen Weg. Natürlich hängen die Wege untereinander zusammen und wenn man sie aus der Tiefe dann betrachten kann, sind sie ein Weg, weil Christus, wie wir glauben, der Weg ist und er ja nicht eine ferne historische Gestalt ist, sondern in der lebendigen Kirche da ist, aber man kann sozusagen in diesem Weg sein, auf vielfältigste Weisen und jeder hat wirklich seinen ganz besonderen Weg, den eigentlich letztlich nur er und Gott kennen. Aber es gibt nicht viele Wahrheiten. Das nicht. Nein, es gibt ja auch nicht so, dass also Menschen jeder etwas Gegensätzliches tun könnte. Es gibt eine grundsätzliche gemeinsame Menschlichkeit, nicht wahr? Aber eben diese eine Menschlichkeit, zu der die Nächstenliebe gehört, zu der der Respekt des Rechtes des Anderen gehört und so weiter, die konkretisiert sich doch in so vielen Formen, wie das Leben bunt ist und in den verschiedenen Lebenssituationen und Jahrhunderten anders ist. Sie können sich vorstellen, warum man diese Antwort von Ihnen nicht erwartet hat, weil man Sie für viel pragmatischer hält oder für viel strikter hält. Und das hat auch viele verwundert, darf ich sagen, als Sie sagten, dass es einen Abschied gibt von den Volkskirchen mit den zu vielen Institutionen und dass Sie eigentlich einen Weg sehen, der mehr die kleinen Gemeinden umschließt oder die Minderheitenkirchen. Das ist für mich ein sehr überraschender Gedanke. Und auch, dass es etwas mehr von Europa weggeht, mehr nach Afrika und nach Asien hin. Ja, das ist bei mir einfach Folge von Realismus, denn ich sehe, dass einfach die ganze geistige Entwicklung, wie sie mindestens seit der Aufklärung aber sicher schon viel länger da ist, doch dazu führt, dass Christentum, Christsein, Glauben, eine Entscheidung des Einzelnen wird, die nicht mehr von der Gesellschaft vorgegeben ist. Und infolgedessen die Gesellschaft sich in vielfältigen anderen Vorstellungen und Lebensformen einrichtet, die Deckungsgleichheit sozusagen, die scheinbare zwischen Kirche und Gesellschaft sich auflöst, wie es in der Barockgesellschaft noch da war. Und stattdessen mehr ein Entscheidungskristentum wächst, das in einem gewissen Grad auch ein Minderheitschristentum ist. Das darf allerdings nicht bedeuten, dass wir uns ins Ghetto zurückziehen und sagen, wir sind wir und die anderen sind die anderen, sondern wir haben durchaus eine Botschaft und eine Verantwortung für das Ganze. Und Europa doch so sehr durchs Christentum gebildet und aufgebaut, ist doch ohne Christentum fast nicht denkbar. Das sind wir uns vielleicht gar nicht bewusst, wie viele christliche Grundstrukturen wir in Europa noch haben. Die ganze Struktur der Woche, des Festes, der Familie und so weiter. Auch wenn das alles jetzt in Krise gerät, aber das Grundgefüge ist doch vom Christentum her gebaut. Und auch wenn nun die anderen Kontinente sozusagen mit gleichem Recht in das Konzert der Geschichte eintreten, ist Europa immer noch ein Quellpunkt der Kreativität, der Kultur des Denkens, darin ist gar kein Zweifel. Wir spüren doch jeden Tag, wenn etwas gegen die Gesellschaft gemacht wird, dann fordert man gleich härtere Gesetze. Aber bei der Kirche fordert man immer eine Lockerung der moralischen Gesetze. Ja, das sind so die Widersprüchlichkeiten, die es halt in unserer Gesellschaft einmal gibt. Ich glaube, dass im Stillen aber auch viel Erwartung da ist, dass die Kirche doch der Menschheit hilft, ihren moralischen Grundwasserspiegel zu halten. Auch wenn die, die dann betroffen sind, sich ärgern und etwas gegen den Stachel löken. Darf ich mir erlauben zu fragen, wie reagieren Sie, Eminenz, wenn Sie Panzerkardinal genannt werden oder sogar Großinquisitor? Ich meine, Sie haben das Amt, setzen Sie ja fort. Wie reagieren Sie da? Ja, nun, ich meine, das finde ich so karikatural, dass es mich nicht aufregt, denn Panzerkardinal ist von Leuten gemacht worden, die eine bestimmte Idee von den Deutschen haben. Ich bin ein Deutscher, habe bestimmte Sachen entschieden. Dann sagt man, es ist ein Panzerkardinal. Großinquisitor ist eine historische Einordnung. Irgendwo stehen wir in der Kontinuität. Aber wir versuchen halt, das, was nach damaligen Methoden zum Teil kritisierbar gemacht worden ist, jetzt aus unserem Rechtsbewusstsein zu machen. Aber man muss doch sagen, dass Inquisition der Fortschritt war, dass nichts mehr verurteilt werden dürfte ohne Inquisitie. Das heißt, dass Untersuchungen stattfinden mussten. Ein Rechtsbewusstsein war auch darin da. Ich hätte diese Begegnung ja auch gerne in Ihrem Ufficio gehabt. Kennen Sie die Geheimarchive Ihres Amtes? Ja, also ich meine, es gibt keine Kerker mehr. Es gab wohl natürlich Haftzählen, die aber nicht mehr da sind, aber das Archiv schon. Und wir sind ja dabei, dieses Archiv der Öffentlichkeit, das heißt natürlich nur der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, zugänglich zu machen. Wir wollen einfach die Regeln, die das Vatikanische Archiv hat, auch bei uns anwenden. Das stößt noch auf Schwierigkeiten, weil die Räume noch nicht modern genug sind. Aber jedenfalls, ich kenne sie, wir sind auch dabei, unsere alten Bestände zu restaurieren, interessante Bestände herauszugeben. Wir werden im Sommer einen ersten Band herausgeben. Also insofern versuchen wir, dieses Archiv, das so geheimnisvoll ist, an das Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Wie reagieren Sie auf den Satz von Professor Küng, wenn der sagt, Herr Ratzinger vertritt mit moderner Terminologie ganz mittelalterliche Positionen. Stimmt das? Man muss halt fragen, was ist mittelalterlich, nicht wahr? Also ich sehe das Mittelalter nicht so finster, wie vielleicht, ich weiß es nicht, Küng es ansieht. Aber vor allen Dingen, ich bin der Meinung, dass wir als Katholiken ja einen Glauben haben, der sich entfaltet, aber der mit dem Glauben Israels beginnt, der seinen eigentlichen Kristallisationspunkt im Glauben des Neuen Testamentes hat und den alle Generationen auf ihre Weise auszusagen versuchten, da ist die Kontinuität der Generationen wichtig, vor allem die Kontinuität im Wesentlichen. Ich hoffe, das gleiche zu glauben wie der heilige Paulus. Warum wurde die Welt durchs Christentum nicht besser? Jetzt haben wir schon 2000 Jahre Christentum, und immer war angestrebt, dass es doch etwas besser wird und es ist immer noch so schlecht. Warum hat das Christentum fast nichts bewirkt? Ja, das ist natürlich eine große Frage, die jeden gläubigen Menschen sehr bedrängt. Aber ich denke, man muss da eben an die Freiheit der Menschen denken und dass die Geschichte nicht einfach ein Kontinuum ist, wo es sozusagen immer weiter geht, wie bei der Entwicklung von Apparaten und der gleichen Dingen, sondern jede Generation ist neu, jede kann wieder abfallen, jede kann wieder es ganz anders machen. Das heißt, solange Freiheit bleibt, ist die Entwicklung der Geschichte nicht einfach ein Kontinuum, weder zum immer Besseren noch zum immer Schlechtern, sondern immer das Abenteuer Neuen Beginns. Und das muss man, glaube ich, ansehen. Das war aufregend für mich der Gedanke, dieser sozialistische Optimismus, den wir ja mal gehabt haben, von Null immer weiter bis Tausend, der ist ja zerbrochen. Und dass Sie gesagt haben, mit jedem Menschen fängt ja eine neue Geschichte an, die geht nicht weiter. Eben diese sozialistische Idee würde voraussetzen, dass es eigentlich die Freiheit nicht mehr gibt, sondern dass die Mechanismen des Sozialstaats so stark sind, dass jeder schon so sein muss, wie es für ihn vorgeplant ist. Und das ist eben Gott sei Dank nicht der Fall. Sie wissen, Pasolini hat einmal gefordert, die Kirche müsste eigentlich in die Opposition gehen. Stimmt das? Ich würde es nicht so apodiktisch sagen, weil es gibt auch vieles, wo die Kirche zustimmen soll. Sie muss nicht einfach aus Grundsatz dagegen sein, sondern sie muss unterscheiden. Und es gibt auch in der modernen Gesellschaft ganz vieles, dem wir zustimmen können, wo wir nicht einfach uns festlegen sollen, wir sind auf der Oppositionsbank. Aber Recht hat er darin, dass jede Gesellschaft versucht ist, sich in Lebensformen einzuhausen, die dann irgendwo ungerecht und unmenschlich werden und dass daher Opposition immer nötig ist. In diesem Sinn muss die Kirche wirklich immer den Mut haben, auch gegen das, was gerade herrschend ist und was alle für richtig ansehen, in Opposition zu gehen. Nicht unkritisch, es gibt eben auch vieles Gute immer wieder, aber der Mut zur Opposition, gerade in besonders geläufigen Dingen, der muss da sein. Gerade in diesen Tagen der Begegnung mit Rom sehe ich wieder diese Fülle, auch diesen Kulturluxus. Und so viele sagen, dann ist doch viel zu reich die Kirche. Stimmt dem nicht zu? Ich denke immer, dass Bertolt Brecht Wort Kultur ist ein Luxus, ja, aber ein Luxus, für den es sich zu leben lohnt. Und Kardinal Meissner hat gerade gesagt, die Kirche müsse wieder ärmer werden. Das Gut der Kirche ist wichtiger als die Güter der Kirche. Ja, das ist ein Wort von Pius X. Das war ja damals in dem Kampf, ob man bei der Trennung von Staat und Kirche in Frankreich die angebotene Verfassung übernehmen sollte, durch die der Staat das Eigentum der Kirche zwar übernommen, aber der Kirche zur Verfügung gestellt hätte und nach Meinung des Papstes die Kirche damit unfrei geworden wäre. Dann hat er gesagt, nein, das Gut ist wichtiger als die Güter, dann werden wir eben ganz arm. Und das muss auch, denke ich, schon ein Grundsatz der Kirche sein, dass das Gut über die Güter geht. Andererseits glaube ich, wenn das Gut da ist, bringt es auch immer wieder Güter hervor, man sieht es ja an den Klöstern, nicht wahr, dass einfach die Demut der Menschen, die nichts für sich wollten, dann gerade große Dinge schafft, die zur Last werden können, die zu einem Panzer werden können, der erdrückt, da muss man die Freiheit haben, sich zu lösen. Aber Kulturfeindschaft, das darf daraus nicht werden. Nein, das Zitat von Kardinal Meissner war anders. Der hat gesagt, die Kirche ist eine zu große Karosserie mit einem zu kleinen Motor, hat er gemeint. Ja, da würde ich sagen, ist in Deutschland schon etwas dran. Es ist ja in Ländern sehr verschieden, nicht wahr? Aber wir sind, das habe ich ja in meinem Buch gesagt, worauf Sie angespielt haben, in Deutschland, denke ich, wirklich überinstitutionalisiert, sodass uns der Panzer von Einrichtungen, die alle aus großen Initiativen entstanden sind, aber hinter denen nicht mehr genug Leben steht, allmählich zu erdrücken droht. Und etwas Vöge-Tonistisches ausgedrückt, die Kirche müsste ärmer werden, um reicher zu werden. Ja, genau so. Ja. Sehr wirklich aufregend in Ihrem Buch fand ich, wir können heute nicht darauf eingehen, wie Sie betont haben, wie sehr wir doch eine jüdische Kirche sind, also Christus als Jude und als Mensch, wenn man das trennen kann, als Judenmensch. Und das da eigentlich eine ganz neue Einstellung und auch uns fordert, gerade unsere Einstellung. Ich glaube, dass wir das wirklich jetzt neu erlernen müssen und dass darin vielleicht auch das nachträglich Heilbringende der schrecklichen Geschehnisse liegen kann, dass wir uns neu auf diese, unsere Wurzeln besinnen und dass wir also diese große Erbschaft des Glaubens Israels von Abraham her wirklich als unsere eigene Grundlage erkennen, dadurch auch natürlich eine neue Einstellung zu unseren jüdischen Freunden erlernen. Als Theatermann darf ich das fragen, was ist für Sie eigentlich das Drama unserer Geschichte? Tja, das ist schwer zu sagen, aber das Drama ist, dass der Mensch immer wieder ein Versagen ist, eben dass er leichter bös sein kann als gut, dem Anschein nach, und dass infolgedessen dieses Drama immer wieder vor Zusammenbrüchen steht, wo man das Gefühl hat, es geht eigentlich gar nicht mehr weiter und dann doch irgendwie sich wieder weiter bewegen kann. Und eine Entscheidung zur Liebe wird doch auch wohl das Drama sein, ob man Ja oder Nein zur Liebe sagt. Das ist der eigentliche Kernpunkt im Drama eines jeden Menschenlebens, ob das gelingen kann. Sie haben aber auch gesagt, und das finde ich so wichtig für die Krisenbeschreibung unserer Zeit, die Vermischung von Wahrheit und Unwahrheit, und gerade die Medien sind ja nicht ganz unschuldig daran, da Sie dann doch immer mehr über das Sensationelle, vielleicht Unwahre berichten, als Sie über das Sensationelle Wahre, nicht? Ja, ich möchte jetzt da natürlich nicht in eine Medienbeschimpfung ausbrechen, das wird uns immer vorgeworfen, aber das liegt, glaube ich, im Wesen des Mediums selbst, dass es das Aufregende, das Spannende bevorzugt, und dass damit natürlich die alltäglichen Dinge, die eigentlich die Welt zusammenhalten, kaum in Erscheinung treten können. Und damit sagen wir, die Gewichte zwischen dem Wesentlichen und Unwesentlichen verschoben werden. Und dann ist eben ein Punkt, auf dem ich immer etwas bestehe, die Menschen sind ja beim Ereignis selbst nicht dabei, aber sie sehen den Bericht über das Ereignis, der notwendigerweise schon eine Interpretation und eine Auswahl ist, und am Schluss wird also der Bericht wichtiger als das Faktum selbst, das heißt, wir fangen an, immer mehr vom Schein zu leben, von der Erscheinung, und damit sozusagen dann auch für die Erscheinung zu produzieren, auch die Politiker, auch die Kirchenleute, sind in Gefahr, dass sie nicht mehr fragen, was ist jetzt das eigentlich Richtige, sondern was wird ankommen, wie wird das berichtet werden, wie wird das angenommen werden. Das heißt, dass man schon gar nicht mehr für die Wirklichkeit handelt, und nach den Maßstäben, die einem dafür das Gewissen vorgäbe, sondern für die Erscheinung handelt, die man machen wird. Und diese Knechtschaft, in der Menschen des öffentlichen Lebens, Politiker wie Kirchenmänner, sehr leicht geraten können, die wäre dann natürlich wirklich verhängnisvoll, wenn man nicht mehr handelt nach dem, was eigentlich als gut erkennbar ist, sondern nach der Frage, was erscheint gut, wie erscheine ich, und so zum Knecht seiner eigenen Erscheinung wird. Ich meine, jetzt, wir sprachen eben in der Liturgie darüber, aber auch da sind doch viele Pfarrer bedacht darauf, was ankommt, und nicht worauf es ankommt. Das ist einer der großen Krisenpunkte, und ich glaube schon, dass das auch mit ein Punkt ist, der den Rückgang der Kirchenbesuche erklärt, einer unter vielen, aber dass der Pfarrer sich zu sehr aus dem Mittelpunkt der Liturgie versteht, selber erscheinen will und auch erscheint, und dann eben auch fragt, was nehmen meine Leute an, und damit natürlich die Sache immer weiter absinkt, weil jedes Mal wieder nochmal nachgegeben werden muss, und dann spüren die Menschen doch, er redet uns eigentlich nach dem Mund und sagt gar nicht das, was er sagen sollte, weil dieses schlechte Gefühl bleibt, dass er eigentlich schon fragt, was mögen die, und dann fühlen sich die Leute doch natürlich billig verkauft. Dasselbe bewegt mich im Theater, wenn ich dem Geschmack nachlaufe, habe ich volle Häuser, wenn ich einen Geschmack bilden will, habe ich nicht immer volle Häuser. Aber es ist ja doch eine erzieherische Pflicht irgendwo da, die dann die Menschen auch wieder heraufzieht und damit weiterführt. Als Vater von vier Söhnen begegnet mir oft die Frage, du mit der Religion, du mit deiner Religion, was ist denn so das Wesentliche der Religion, Kardinal? Dass es Gott gibt und dass er uns kennt und dass wir von ihm her einerseits einen Maßstab haben, wie man lebt und wie man stirbt, und andererseits von ihm her eine Hoffnung haben und wissen, dass wir nicht ins Leere hineinleben. Ich glaube, beides ist wichtig, der Maßstab, der uns fordert, aber auch die Hoffnung, die uns hält. Und dass man über sich hinausdenkt, nicht bei sich bleibt. Genau, dass man sich selbst überschreiten kann und muss. Das Schöne, das habe ich auch in Ihrem Buch gefunden, dass Glaube und Kunst Freude geben kann. Sie haben den Satz gesagt, wir können fliegen, weil wir uns selbst nicht mehr schwer nehmen. Kirche nimmt sich oft sehr schwer an ihren Forderungen, aber wir freuen uns, dass wir fliegen können, wie in der Kunst und Sie auch. Mit der Dogmatik kann man fliegen. Ich denke schon, weil sie uns über das heraushebt, was wir mit der reinen Empirie feststellen könnten. Durch die Empirie der Apparate, die so vieles leisten, für die wir dankbar sind, sind wir aber doch an das gebunden, was wir in die Hand nehmen können, was wir zerkleinern können. Wir sind richtig an die Erdenschwerkraft gefunden. Selbst wenn wir dann zum Mond oder noch viel weiter hinauffliegen, ist ja alles wieder Erde, nicht wahr? Und wir bleiben doch in Wirklichkeit in der Gravitation des Materiellen stecken. Während der Glaube öffnet eine andere Dimension. Da hebt es uns herauf, nicht wann wir können fliegen. Und es kommt ja auch in den Psalmen vor, nicht? Der Beter sagt, ich bin ein Spatz, der bei dir wohnt. Und das ist nicht eine Selbsterniedrigung, sondern er will sagen, indem ich bei dir bin, fliege ich. Bin ich leicht geworden? Die Erdenschwere weg. Vier Jahre vor dem 2000. Sie können auch nicht sagen, keiner weiß, was es uns bringen wird. Der Heilige Vater hat einmal gesagt, nach den Trennungen des letzten Jahrtausends wird es eine Einigung geben. Haben Sie auch diesen Optimismus? Ich würde sagen, man muss immer hoffen, rein wenn ich extrapoliere, was jetzt nach unseren menschlichen Ereignissen erwartbar ist, sehe ich zwar Ansätze dafür, aber ich würde es nicht sozusagen futurologisch extrapolieren können. Aber als Hoffnung, würde ich sagen, müssen wir das vor uns sehen. Und andererseits ist es doch richtig, dass in diesem Jahrhundert, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs zusehends, Aufbrüche zur Einheit geschehen sind. Es sind viele neue Zerspaltungen geschehen, immerfort zerspalten wir uns. Aber ein großer Aufbruch in Einheit ist seit dem Ende des Ersten Weltkriegs wirklich da. Und insofern ist es zwar eine Hoffnung, die wir nicht empirisch jetzt bestätigen können, aber die auch nicht fundamentlos ist. Und der Papst hat eben diese geschichtsphilosophische Idee, wenn man so sagen will, das zweite Jahrtausend war wirklich Jahrtausend von Spaltungen. Warum sollte nicht das Neue jetzt wieder ein Jahrtausend der Einigungen sein? Ob wir es wissen oder nicht, wir sollten auf jeden Fall daraufhin handeln und daraufhin leben. Und ganz offenbar wird doch eine Sehnsucht nach Werten wieder, nachdem wir so oft wertlos gepriesen haben, dass, ich meine, für die Kirche ist so ein Wechsel nach 2000 nur ein Liedschlag. Was heißt das schon? Das ist doch überhaupt gar nichts, nicht? Naja, ich würde sagen, die Kirche... Syliastische Wings, da haben wir ja so nicht mehr. Haben wir nicht und Gott sei Dank nicht, obwohl auch es Leute gibt, die solche Ideen verbreiten. Aber das ist Gott sei Dank ein Zweimmarginal. Aber meine Herausforderung ist so ein Datum doch, was haben wir getan in dieser Zeit, wie wollen wir weitergehen? Und da, glaube ich, ist eben auch wichtig, dass gerade die Erfahrung der Lehre, die nach der Befreiung vom Dogma, wenn man so will, eingetreten ist, den Menschen zeigt, so einfach nur dahin leben kann man nicht. Der Mensch braucht einen Anspruch, den er sich nicht selber macht, sondern dem er unterstellt ist und dem er entbindet. Erst dann zieht es ihn wirklich hinauf und wird er er selbst. Was sagen Sie zu dem Satz von Karl Rahner? Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein? Ja, da habe ich schon öfter Stellung nehmen müssen. Wenn man darunter verstehen würde, dass alle Leute ungefähr Erlebnisse wie die heilige Theresia von Avila haben müssen, um Christen zu sein, dann ist er ganz bestimmt falsch, nicht wahr? Wenn man sagen wollte, dass New Age so eine Versenkungstheorie die neue Religion sein würde, wäre er auch falsch. Wenn man sagen will, der Christ muss in Zukunft ein persönliches Verhältnis zu Christus haben, dann ist er richtig. Dann stimmt er mit dem zusammen, was wir vorhin erwähnt haben, dass eben Christsein nicht mehr einfach vorgegeben wird durch die Gesellschaft, durch das Brauchtum, sondern in einer persönlichen Beziehung wächst. Und dem Sinn, glaube ich, sollte man den Satz auffassen, nicht erwarten, dass jetzt alle Leute, weiß Gott, wie tief, ihr müsst ja schon Fragen haben, aber dass man Christ nur sein kann, wenn man doch wirklich in einer lebendigen, persönlichen Beziehung zu Christus lebt. Sie kennen die Kirchengeschichte so genau und wissen so alles, was bei Papstwahlen passiert ist. Ich referiere so das 9. Jahrhundert, Otto II. und so weiter. Glauben Sie wirklich, dass bei der Papstwahl der Heilige Geist mitwirkt? Ich würde nicht sagen in dem Sinn, dass der Heilige Geist den jeweiligen Papst heraussucht, denn da gibt es zu viele Gegenbeweise, da waren doch viele da, die der Heilige Geist ganz evident nicht herausgesucht hätte. Aber dass er insgesamt die Sache nicht aus der Hand lässt, sozusagen uns, wie ein guter Erzieher, an einem sehr langen Band lässt, sehr viel Freiheit lässt, aber es nicht ganz abschnappen lässt, das würde ich sagen, also in einem viel weitläufigeren Sinn, nicht, er sagt, jetzt habt ihr den zu wählen. Wohl aber, er lässt nur das zu, was die Sache nicht total zerstören kann. Und Sie vertreten als Kardinal die Kirche nicht in ihrer Drohbotschaft, sondern in ihrer Frohbotschaft? Ich denke, Christen, um es an sich zum Freuen da, wir hatten gestern noch die Lesung, die ich ein bisschen ausgelegt habe, Abraham sah einen Tag und freute sich, den Tag Christus jenherrst sich freuen. Aber wir müssen doch das andere dazunehmen, was wir vorhin gesagt haben, das Gericht darf nicht herausfallen, nicht, weil es gibt das Gericht, wenn man das wegnimmt, dann wird Christentum kitschig, nicht, weil dann wird es nur eine Art von Selbstbestätigung. Und das hat ja auch seine moralisierende Kraft, wenn man so will, in der Geschichte dadurch bewiesen, dass dann auch die Mächtigen sich vor Gott fürchten müssen, nicht, wenn man es im Mittelalter sieht, was die alles angestellt haben, auch am Schluss haben sie dann doch versucht gut zu machen, weil ihnen plötzlich kam, ich werde ja vor dem Richter stehen. Und wenn das den heutigen Magnaten auch wieder einleuchten würde, wäre es keine schlechte Sache. Im Moment, ist Ihr Amt eine Lust oder eine Last? Eine Lust ist es jedenfalls nicht, aber ich würde sagen, ein Mensch, der keine Last zu tragen hätte, dem nichts auferlegt wäre, würde ja leer leben, nicht wahr? Und insofern gehört eine richtige, sinnvolle Last eben die Herausforderung eines Berufs mit seinen Größen und seinen Tiefen zum Leben dazu. Wenn jemand arbeitslos ist, könnte man jetzt rein äußerlich sagen, gut, er hat nichts mehr zu tun, wie wunderbar, das war früher der Traum, der Münchner Privatier zu sein, privatisieren zu können. In Wirklichkeit wissen wir, dass es eine schreckliche Last ist, wenn er arbeitslos ist. Und dass zwar die Arbeit anstrengend, mühsam ist, aber gerade von dem Drama und Trauma der Arbeitslosigkeit her begreifen wir wieder, dass Arbeit, so schwer sie ist, schön ist und gut ist. Und der Psalmist hat ja so hervorragend gesagt, dein Packesel bin ich geworden und gerade so bin ich bei dir. Und Gott sei Dank bei uns. Sie wollten Gelehrter eigentlich bleiben, als Exeget, als hervorragender Exeget und wurden von Gott, der ist einer als Zugtier ausgewählt, der den Karren Gottes zieht. Ist es schwer und schön? Schwer und schön, ja. Ich meine, die Zeiten sind mühsam und die Wege sind steinig und der Esel, der ich selber bin, hat eigentlich nicht immer Lust ins Erziehen oder möchte gerne woanders hingehen. Und der Karren ist schwer. Insofern ist es mühsam, gerade mit all dem Kleinkram auch, den man täglich machen muss. Wir sind ja nicht immer in den erhabenen Höhen der Dogmatik und der großen Intuitionen, sondern in ganz gewöhnlichen kleinen Dingen. Aber es ist eben doch auch schön zu wissen, dass man gebraucht wird, dass man eine Aufgabe tut, die für die Menschheit auch wichtig ist. Und zu wissen, ich mache nicht, was ich mir privat ausgedacht habe, sondern ich gehorche einem Auftrag. Hoffen oder warten Sie auf ein neues Konzil? Nein, würde ich sagen. Ich habe schon öfter die schöne Geschichte erzählt, wie der verstorbene Kardinal Cordero von Pakistan mir sagte, beim Synodenrat war er mit Kardinal Döpfner und anderen. Und irgendeiner von den Anwesenden hat gesagt, oh, vielleicht sollten wir ein neues Konzil haben. Kardinal Döpfner habe beide Hände in die Hügel gesagt, not in my lifetime. Und ich würde sagen, Konzile sind große Ereignisse, die die Kirche durcheinanderwirbeln und so erneuern, aber die eben verdaut werden wollen und die man nicht alle 20 Jahre machen kann. Emlenz, ich habe viele Begegnungen, natürlich meistens weltlicher Art, aber diese mit Ihnen hier im Vatikan wird mir unvergesslich bleiben, vor allem auch, ich darf das als Schauspielmann sagen, weil Sie so eingetaucht ins Heilige, so sachlich, unfeierlich sprechen. Mich hat das gefreut. Und ich hoffe, diese Begegnung wird auch unseren Zuschauern unvergesslich bleiben. Ich danke schön. Herzlichen Dank meinerseits. Jetzt dürfen Sie mich noch herrschen. Oh, sehr, sehr gut. Ja. Amen. Amen.